Hallo und willkommen zu diesem kleinen Aufreger-Video zu Artikel 13. Kurz mal zur Geschichte des Internets. Im Jahr 1990 beschloss die US-amerikanische National Science Foundation, das Internet für kommerzielle Zwecke nutzbar zu machen, wodurch es über die Universitäten hinaus öffentlich zugänglich wurde. Das ist jetzt mittlerweile 29 Jahre her. 2004 ging Facebook an den Start. 2005 YouTube. Während viele von uns dementsprechend mit dem Internet aufgewachsen sind, groß geworden sind, sagte unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel 2013 folgendes. Das Internet ist für uns alle Neuland und es ermöglicht auch Feinden und Gegnern unserer demokratischen Grundordnung natürlich mit völlig neuen Möglichkeiten und völlig neuen Herangehensweisen unsere Art zu leben in Gefahr zu bringen. Hä? Über diese Äußerungen kann man natürlich jetzt sagen, was man will und denken, was man will. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Sechs Jahre später hat sich aber an deren Einstellung nichts geändert. Nach aktuellem Stand vom 16. Februar 2019 soll ein Upload-Filter kommen. Es ist ein Upload-Filter, auch wenn es die Politik teilweise nicht zugeben möchte. Und zwar für Plattformen, die älter als drei Jahre sind, einen Jahresumsatz von mehr als 10 Millionen machen oder Plattformen mit mehr als 5 Millionen Benutzer. Wenn eins der drei Kriterien zutrifft, dann muss diese Plattform einen Filter einbauen. Viele Menschen, auch Politiker, sind gegen Artikel 13. Heute findet eine Demonstration in Köln statt. Kommt mit, seid dabei, gegen Artikel 13. Gemeinsam können wir es vielleicht noch verhindern. Das ist ein Upload-Filter.